Surah 101 Al-Qariyah Die Pochende Offenbart zu Mekka 11 Ayet Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Al-Qariyah Was ist Al-Qariyah? Und was lässt dich wissen, was Al-Qariyah ist? An einem Tage, da die Menschen gleich verstreuten Motten sein werden Und die Berge gleich bunter zerflockter Wolle Dann wird der, dessen Waage schwer ist, ein Wohlleben genießen Dem aber, dessen Waage leicht ist, wird Al-Qariyah seine Mutter sein Und was lässt dich wissen, was sie, Al-Qariyah, ist? Sie ist ein glühendes Feuer